Deswegen kann ich halt den Fan ein Stück weit verstehen, aber ein Stück weit auch nicht, weil am Ende wollen wir alle in Osnabrück sehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die halt ihr letztes Hemd auf dem Platz lässt und alles für diesen Verein gibt. Brückengeflüster, regulär nach den Spezialfolgen aus dem Trainingslager steigen wir wieder ein in den wöchentlichen Modus, haben aber nachdem ihr Malte Golschi, glaube ich, vorgestern oder gestern noch aufgenommen habt, heute bereits wieder die nächste Aufnahme, aber zurück im beschaulichen, aber verregneten Osnabrück. Und hier begrüßen wir am heutigen Nachmittag zwei Gäste, die uns viel sagen können über die Kaderzusammenstellung des VfL Osnabrück und wie es überhaupt läuft, wie denn solche Spieler zum VfL Osnabrück kommen. Vielleicht kann man auch ein bisschen Vergleich machen, wie es damals war und wie es heute ist. Für heute kann sprechen Christoph Latkowski, den ich ganz herzlich begrüße bei unserem Mikrofon. Hallo, moin. Daniel. Daniel Latkowski, sehr gut. Und warum sage ich, weil ich kann dir nachher auch erklären, warum ich Christoph Latkowski sage. Ich hatte mal einen Mitspieler bei der Diodkan und bei Mosko Bamberg, der tatsächlich Christoph Latkowski hieß. Und das ist mir nicht das erste Mal passiert. Sensationell. Aber gut, dass du es mir gleich korrigiert hast. Und Entschuldigung, bitte. Gar kein Problem. Und dann haben wir von jemandem, wo ich den Namen einfach aus reiner Routine mittlerweile richtig weiß. Tommy Reichenberger ist da. Boin. Ja, hi. Du musst nachher mal erzählen, wer dich eigentlich gescoutet hat noch Osnabrück. Aber das bricht vielleicht gleich diesen Faden von vorher und heute gut zusammen. Und dann ist neben mir mein Name, den ich zum Glück einigermaßen weiß, ist Benjamin Kraus. Da sitzt Malte Golsche noch und der sieht ein bisschen braungebrannt aus, aber nicht so, wie man es erwarten würde nach einer Woche Spanien-Trainingslager. Ja, hallo. Warum? Musstet ihr so viel arbeiten oder war das Wetter nicht so gut oder beides? Ja, wir haben tatsächlich das Licht und die Atmosphäre in der Hotellobby noch mehr genossen als die Sonne. Also wir haben die Sonne auch gesehen, das muss man sagen. Aber es war doch viel Arbeit und viel Zeit haben wir dann eben in der Hotellobby verbracht und dort unsere Texte geschrieben und Videos produziert und so weiter und so fort. Deswegen, es hätte durchaus noch brauner sein können. Was nicht ist, kann noch werden. Wir stehen am Jahr vom Anfang 2024. Vielleicht können wir den Brückenschlag zum Thema so kriegen, dass du uns mal erzählst, wie denn die beiden Jungs, die neu dazugekommen sind, schon drin sind in der Mannschaft nach einer Woche Trainingslager. Ziel war ja, dass sie tatsächlich vom Trainingslager kommen. Haben sie denn die richtigen ausgesucht? Genau, also das Ziel, dass die Neuzugänge zum Trainingslager da sind, hat fast zu 100% geklappt. Wenn es dann jetzt bei zwei Neuzugängen bleibt, Lecksteiger-Lobinger hat der VfL am Freitag verpflichtet. Er ist dann auch direkt mitgeflogen am Sonntag nach Spanien und Athanasius Andruzos kam am Sonntagabend, also am Anreisetag, sehr spät abends an und hat am Montag dann das erste Mal auf dem Platz gestanden. Montag war ja noch kein Trainingstag, deswegen, also da war das Testspiel gegen Twente. Und Andruzos trainiert jetzt seit Dienstag mit der Mannschaft und ja, der Eindruck ist erstmal von beiden durchaus positiv. Andruzos auf jeden Fall schon mit einem sehr, sehr guten Testspiel gegen St. Pauli und guten Eindrücken aus dem Training. Lobinger hat gegen Twente ein ordentliches Spiel gemacht und auch im Training teilweise echt gute Aktionen gehabt. Ja, schauen wir mal, sind wir mal gespannt. Und ja, wollen darüber sprechen, wie der VfL auch auf diese beiden Spieler gekommen ist. Da ist Daniel natürlich ein super Ansprechpartner als Scout. Inwieweit warst du eigentlich in diese beiden Transfers, ja, inwieweit warst du da beteiligt? Ja, so wie eigentlich bei jedem Transfer, relativ groß. Geht dann los, dass man sich den Spieler anguckt, Informationen holt. Bei Lobinger natürlich auch schon Live-Sichtung hatte, bei Andruzos nicht. Aber hat man natürlich dann mehr Fokus auf Video, noch detaillierter Reihen, noch mehr Videosequenzen. Und ja, bei Lobinger ist es, glaube ich, schon bei uns, seitdem ich da bin, ein Thema oder auch ein Spieler, über den wir immer wieder gesprochen haben. Wie ist das, kommt dann der Trainer auf dich zu und sagt, ich möchte Spieler-Tipp XY, such mir doch mal einen raus, der da passen könnte? Oder ist es dann eher Army als Sportdirektor oder wer ist dann dein erster Ansprechpartner sozusagen? Das geht eigentlich in den Scouting-Sitzungen. Also wir haben ja regelmäßige Scouting-Sitzungen und da sprechen wir natürlich über den Kader, über die Spieler, über die Fähigkeiten, die wir aktuell im Kader haben, die uns aber auch vielleicht jetzt fehlen. Und dann weiß man eigentlich, welchen Stürmer-Typ, welchen Spieler-Typ wir suchen oder wir noch gerne haben würden. Und ist natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, gerade im Winter, was der Markt dann natürlich auch hergibt. Tommy, Stichwort Stürmer-Typ, warst ja auch ein ganz spezieller, aber wenn man dich jetzt vergleicht mit Lex Tyler-Lobinger, das war dann schon ein bisschen eine andere Spielweise, ne? Ja, ganz sicher. Ich glaube, ich war etwas beweglicher, gerade über außen, bin viel gelaufen. Ja, wahrscheinlich eher umgekehrt, genau. Ich glaube, so einen ähnlichen Spieler-Typ wie mich hat der VfL aktuell mit Erik Engelhardt, wobei auch er sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr bewegt. Früher war das aber auch noch erlaubt. Mir wurde oft genug gesagt, bleib du vor der Mittellinie, komm bloß nicht zurück, weil sonst machst du da irgendwie dein Unheil. Aber das ist heutzutage so nicht mehr möglich. Vielleicht ganz gut für mich, vielleicht hätte ich mich aber sonst auch damals umgestellt. Ein bisschen weiter noch Kondition gewollt. Wie bist du denn eigentlich, waren bei dir überhaupt Scouts involviert bei dem Transfer nach Osnabrück oder hat das alles Pele gemacht? Ja, das war, glaube ich, schon dann die, ja, das war mehr oder weniger Herr Pele, genau. Der hatte damals ja den KFC-Üding trainiert, wo ich dann auch ein Teil war und hatte versucht, drei, vier, fünf Spieler, glaube ich, mitzunehmen, weil er da wusste, da konnte er sich drauf verlassen oder er hat zumindestens drauf gehofft. Ich glaube, die drei, die dann wirklich mitkamen mit Feldhoff, Nuri und mit mir, das lief meistens sogar ganz gut. Von daher war das, ja, eigentlich für uns alle irgendwie ein Joker, hat Spaß gemacht. Schade, dass Felle dann doch verletzungsbedingt früher aufhören musste, als er vielleicht sonst aufhören hätte müssen. Aber war auch ein geiler Spieler, Alex wissen wir auch. Und ja, ich bin ja immer noch hier hängen geblieben, von daher war auch nicht alles schlecht. Lothar Gans hat natürlich bestimmt auch noch eine Rolle gespielt, aber wenn man das mal so vergleicht mit heute, Daniel, das ist schon Wahnsinn, was da auch so neben dem Feld, Stichwort Aufbau von so einer Scouting-Abteilung, passiert ist, oder? Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen beschreiben, wie ihr euch die Aufgaben da teilt beim VfL und wer alles da mitmischte und dazugehört. Ja, ist natürlich grundsätzlich mit Digitalisierung, wie in jedem Bereich, sage ich mal, ist natürlich Unmengen dazugekommen. Man kann sich gefühlt jeden Spieler auf der Welt angucken. Man kriegt zu jedem Spieler Daten. Deshalb hat sich das natürlich auch einfach extrem entwickelt. Und ich glaube, da hat der VfL vor allem in letzter Zeit viele Steps gemacht, um da einfach aufzuholen. Und grundsätzlich macht Alex halt relativ viel Live-Scouting oder nur Live-Scouting. Ich habe ja meine Stundenanzahl erhöht. Habe deswegen halt auch jeden oder einmal in der Woche einen Tag beim VfL an der Ellos-Höhe, wo wir nochmal Spieler durchgehen. Ich auch Vorschläge mache über Spieler, die ich jetzt gesehen habe, die interessant sind. Zusätzlich zu den Scouting-Sitzungen natürlich. Und ja, das Trainerteam guckt sich natürlich die Spieler auch alle an. Gibt eine Meinung ab. Amir, Julius. Also es sind schon relativ viele Personen involviert. Also es wird nicht nur an einer Person hängen, der dann sagt, hey, das ist ein guter Spieler, den müssen wir holen. Alex Wulf heißt der jetzt. Genau, bekannt als Dächo und Krück noch aus vergangenen Tagen, auch mit dir zusammengespielt. Wie kommt man denn dann auf Androzos? Also du hast es gesagt, man kann sich gefühlt jeden Spieler auf der Welt angucken. Aber ja, in Osnabrück hatte den vorher auf jeden Fall noch keiner auf dem Zettel. Ihr habt ihr ja offensichtlich auf irgendwelchen Wegen dann auf den Zettel bekommen. Ja, man geht schon die Ligen alle durch. Also es ist schon so, dass ich... Also auch die zweite griechische? Die jetzt nicht implizit. Also es war jetzt schon bei Androzos so, dass ein Hinweis gekommen ist, ein armes Netzwerk, pass auf, da ist jemand. Aber ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich mehr 40 oder 50 Rechtsverteidiger angesehen, aus dem Ausland jetzt, zwischen, keine Ahnung, Dezember und jetzt dem Transfer. Also es kommt schon relativ viel an Spieler, die man sich ansieht, viel aus dem Netzwerk. Aber wie gesagt, ich arbeite, Tschechien 1. Liga, Tschechien 2. Liga, Serbien, Portugal, Spanien, Skandinavien komplett. Also ja, ich würde sagen, ich kenne schon mittlerweile relativ viele Spieler. Es ist dann auch schon oft so, dass Armi oder Julius aus dem Netzwerk dann uns Spieler zurufen und ich dann mittlerweile dann schon auch sagen kann, pass auf, mit dem brauchen wir uns nicht weiter beschäftigen, das reicht nicht. Oder gib halt meine Meinung dazu ab, weil ich ihn halt dann schon im Vorfeld mal gesehen habe, gescoutet habe und dann vielleicht auch nur noch einen frischen Eindruck kurz mir hole. Amir hat uns gesagt, dass ihr da auch, also du sagst ja auch, ihr arbeitet viel mit Videos, gerade bei Spielern aus dem Ausland. Also es gibt bestimmte Plattformen, wo es dann Videos, Highlight-Sequenzen gibt oder halt eben, keine Ahnung, du suchst nach, also wenn wir jetzt bei Androzos ausgehen, gibst du in die Maschine ein, ich brauche alle Ballkontakte im eigenen Sechzehner von Androzos. Das ist tatsächlich schon vorgefiltert, also du kriegst eigentlich ein Profil, kannst dir das Spiel 90 Minuten angucken, kannst dir alle letzten zehn, keine Ahnung, aus den letzten drei Spielen angucken, kannst dir Beschleunigung flanken, alles mögliche, es ist schon alles kategorisiert und du schaust einfach rein und schaust dir der an. Ich bin dann halt auch ein Freund davon, aus ganz vielen Spielen mir Sachen anzugucken oder auch speziell jetzt, klar im Fall des rechten Verteidigers, speziell darauf zu achten, dass er Tempo mitbringt, dass er Tiefgang mitbringt, aber auch halt sehr bissig im Zweikampf und auch das Spiel nach vorne forciert. Und das ist halt alles schon gegeben. Die Plattform heißt Wisecout, da arbeitet eigentlich jeder Bundesligist, jeder Regionalligist, arbeiten alle mit dieser Plattform eigentlich. Der gläserne Fußballer, Tommy. Ist das vielleicht, da hatten wir es wieder, ist vielleicht ganz gut, dass es das jetzt nicht so gibt und dann vielleicht auch gleich nachgesetzt, was auf dem Platz passiert, ist das eine. Was neben dem Platz passiert, ist ja das andere und vielleicht auch gar nicht so unwichtig, weil es kann ja jemand schon auf Videos überzeugen, aber wenn du dir dann Stinkstiefel reinholst, ist es vielleicht auch nicht ganz so geil. Ja, das auf jeden Fall. Das hatten wir ja auch ein, zweimal festgestellt, als wir damals aufgestiegen sind und dann kamen Verstärkungen, die vielleicht oder bestimmt sportlich ihren Wert hatten, aber unser Gefüge, das gewachsen ist, das aufgestiegen ist, nicht zwingend vorangebracht haben, sondern manchmal auch ganz im Gegenteil, dass da doch ein bisschen was kaputt gegangen ist und ganz am Ende war die Leistung oder zumindest die Punkteausbeute nicht die, die wir oft gebraucht hätten. Das ist ja leider beim VfL gerne so, dass man immer wieder aufsteigt, immer wieder da ist, aber dann auch genauso schnell wieder eins unten drunter ist. Deswegen ist es super schwierig, da alles richtig zu machen, die perfekten Leute zu finden, die sportlich und menschlich da reinpassen. Letzteres ist sicherlich nochmal schwerer zu bewerten, weil auch da sind halt Menschen, da muss ein Trainer zu dem Spieler passen, umgekehrt eine Mannschaft muss ihn aufnehmen und er muss sich aufnehmen lassen und so weiter. Das ist manchmal sehr schwer von vornherein zu sehen. Wie habt ihr das denn Daniel im Fall Andrutsos gemacht? Weil klar, das sieht man Videos, aber ihr habt das Thema ja natürlich auch auf dem Schirm, weil es zu einem Transfer dazugehört als wichtiges Thema. Wie kommt man dann an Infos, wie der Junge drauf ist? Also scheint ja ein cooler Typ zu sein, was man jetzt gehört hat aus dem Trainingslager. Integrationswillig ganz offensichtlich auch, was ihr berichtet habt. Aber das müsst ihr ja im Vorfeld wissen und rausfinden. Ja, es macht natürlich alles Amir und Julius zum großen Teil, aber auch das Trainerteam. Da werden natürlich einfach alle Kanäle angezapft. Man holt sich Infos am ehesten halt von ehemaligen Mitspielern, die man irgendwie noch kennt und versucht halt einfach über den Charakter ein bisschen was zu erfahren. Dann gibt es natürlich Videocalls, im Idealfall natürlich eigentlich auch normalerweise ein Vor-Ort-Treffen. Heutzutage natürlich dann auch natürlich viel Videocall, aber man versucht halt einfach bestmöglich ein Gesamtbild des Spielers darzustellen. Und trotzdem ist es so, wie Tommy gesagt hat, es ist natürlich schwierig, es ist schon noch eine Blackbox. Viele Charaktere zeigen sich halt auch erst in schwierigen Situationen und nicht bei einem Vorstellungsgespräch. Ich glaube, das Problem teilt jedes Unternehmen, dass man halt immer nur einem vorm Kopf guckt und nicht in einen hinein. Wenn wir jetzt nochmal speziell über den Lobinger-Transfer sprechen, das ist ja ein Spieler und ein Name gewesen, der jetzt bei den Fans, ja sag ich mal, durchaus kritisch gesehen wurde und vielleicht nicht der Erste war, den sich der ein oder andere Fan dann gewünscht hat, wenn so ein Spieler wie Terrence Boyd zum Beispiel auch auf dem Markt gewesen ist. Also jetzt als Vergleich, kannst du das nachvollziehen oder sagst du anhand der Daten, anhand der Videos, anhand dessen, was ihr für ein Profil gesucht habt, das ist genau der Spieler, den wir brauchen? Ich kann es natürlich nachvollziehen. Also es sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Auf den zweiten Blick sage ich halt dabei auch, es ist halt unser Job und wir haben uns halt bewusst für ihn entschieden, weil er gewisse Attribute bringt, die halt auch perfekt zur Bremer Brücke passen. Und deswegen kann ich halt den Fan ein Stück weit verstehen, aber ein Stück weit auch nicht, weil am Ende wollen wir alle in Osnabrück sehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die halt ihr letztes Hemd auf dem Platz lässt und alles für diesen Verein gibt. Und ich glaube auch, dass man im Abstiegskampf natürlich diese Qualität der zweiten Liga natürlich auch braucht, aber gerade im Abstiegskampf braucht man einfach Mentalität, braucht absoluten Willen, weil nur da ziehst du halt dann auch nochmal vielleicht die engen Spiele auf deine Seite. Und da ist halt Lex Tiger für mich schon ein Paradebeispiel, wenn man sieht, wenn der fünf Minuten reinkommt bei Kaiserslautern, egal welcher Spielstand ist, der hat sich den Arsch aufgerissen, der ist am Marschieren, der läuft links, der läuft rechts, der springt hoch. Er versucht halt alles. Ja, er hatte jetzt vielleicht nicht die Quote in der zweiten Liga, aber hat in der Regionalliga bei Fortuna Düsseldorf eine super Quote gehabt, hat dann aber auch nicht die Einsatzzeiten in der zweiten Liga bisher gehabt, dass er das halt auch mal unter Beweis stellen kann und hat auch nicht das Vertrauen von einem Trainer mal bekommen. Und da wird Tommy mir vielleicht mal ein bisschen beipflichten, dass so ein Stürmer schon auch ein bisschen vom Vertrauen des Trainers lebt. Wenn ein Trainer dir voll vertraut, dann kann es zumindest dazu führen, dass du halt auch dein volles Leistungsvolumen abrufst. Kann ich natürlich nicht gegensprechen, ist bei einem Stürmer, ich hätte jetzt fast gesagt, ich brauchte kein Vertrauen, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist sogar sehr, sehr wichtig bei jedem Spieler, auch bei Torleuten und Abwehr und wie auch immer, sicherlich beim Stürmer nochmal ein bisschen einfacher, weil da ist ja die Bewertungsgrundlage eigentlich immer, trifft er oder trifft er nicht. Und wenn er nicht trifft, dann ist er auch kein Guter. Und wenn du aber weißt, dass der Trainer, wie damals beispielsweise Pele, das wissen die Leute hier vielleicht noch am besten, wir haben uns auch mal ein, zwei Wochen im Training gar nicht angeguckt oder haben nicht miteinander gesprochen, aber ich wusste, wie gesagt, er wird mich wieder aufstellen, er wird mich bringen und er wusste auch, dass der Ochse dann irgendwie wieder seinen Arsch hinhält. Und das hat halt dann, ja, in dem Moment immer, oder meistens ganz gut geklappt, natürlich nicht immer, aber da gebe ich Daniel total recht, wenn du mit Selbstvertrauen in so ein Spiel gehen kannst und auch mal Fehler machen darfst, wirklich machen darfst, nicht, dass es nur gesagt wird und dann hast du auf Dauer, spielst du auch besser. Ist ja dann ganz spannend jetzt, wenn man auf die Stürmer-Situation beim VfL momentan blickt. Erik Engelhardt, wo du selber gesagt hast, der Stürmer wie du, derjenige, der in der Vorrunde auf jeden Fall am meisten überzeugt hat im VfL-Trikot, auch die beste Quote hat, auch für die Mannschaft nach hinten und nach vorne als Ballbehauptung wichtig ist. Aber es sind auch zwei andere Jungs da. Otschi Vried, der nicht so in die Gänge gekommen ist bis jetzt und dann auch noch John Verhoek, wo Trainer Cushing hat erst gesagt, okay, also auch einigermaßen öffentlich wirksam, ich setze jetzt auf dich. Jetzt kommt er aber offenbar nicht so richtig in die Gänge, auch ein bisschen angeschlagen. Ist ja auch gar nicht so leicht für so einen Trainer sowas dann auch am Laufen und Köcheln zu halten, dass halt da alle weiterhin motiviert sind und keiner querschießt. Auf jeden Fall, ja, gerade bei den Stürmern. Die sind ja doch alle, wollen ihre Daseinsberechtigung haben. Über Erik brauchen wir, glaube ich, alle nicht diskutieren. Auch wenn der mal fünf, acht Mal nicht trifft, der Typ, der muss da spielen, der ist für mich persönlich wichtig. Otschi ist in der Tat noch nicht wieder angekommen. Ich hoffe eigentlich immer noch, dass der Knoten platzt, weil er hat ja hier schon damals gezeigt, was in ihm steckt. Ich meine, der spielt bei Bayern auch nicht zufällig dann immer mal wieder eine Rolle, selbst in der ersten Truppe. Dann hat er noch ein, zwei Stationen, die okay waren, vielleicht auch nicht mega durchgestartet, aber da steckt auf jeden Fall mehr drin, als er jetzt bisher hier gezeigt hat. Ich glaube, dass er da auch selbst ein bisschen noch was zu tun kann, aber vielleicht muss er auch einfach mal den richtigen Tag erwischen, ein, zwei Mal sich freischießen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch wieder eine Waffe wird. Bei F.R. Hook, den kann ich noch nicht ganz greifen. Eigentlich auch ein interessanter Spieler, aber beide vorne sehe ich auch nicht unbedingt, also Erik und John. Deswegen ist der ja meistens wahrscheinlich so ein Stück im zweiten Glied. Warum eigentlich nicht? Also Erik und John wäre doch rein theoretisch genauso vorstellbar wie Erik und Lex Tager-Lobinger, oder nicht? Oder siehst du da Unterschiede? Da muss der Scout schmunzeln. Ja, ich sehe Unterschiede. Also für mich sind, nur weil, oder Lex ist halt groß, John auch, aber Lex hat halt einfach Tiefgang und Tempo. Und das ist auch diese Komponente, warum ich es sehr, sehr spannend fand, zum Beispiel mit Erik und Lex zusammenzuspielen, wenn du mal ein Tor brauchst oder wenn halt auch vor allem ein Gegner uns halt relativ hoch anläuft, so wie Pauli das zum Beispiel schon gerne macht, dass du mit Erik dann einen hast, der schon mit seinem Körper arbeiten kann und mit Lex einen hast, der halt dann die Tiefe belaufen kann, aber auch diese tiefen Läufe gewinnt. Und das war halt natürlich, sag ich mal, im Sturmzentrum schon ein Problem, dass wir, wenn wir tief gestanden haben, in Umschaltsituationen kommen, dann mit Ausnahme von Conte oder, sag ich mal, die Außenbahnspieler auf der neuen Halt einfach nicht diese Läufe gewinnen konnten oder zumindest Gefahr erzeugen können. Wieder was gelernt, vielen Dank, sehr gut. Was mir vorher noch gekommen ist, als wir über Andrutz was gesprochen haben, wo wir gerade schon bei den sportfachlichen Dingen sind drin, der nächste Frage direkt, kann der denn eigentlich auch noch was anderes als Rechtsverteidiger? Das ist ja schon so ein bisschen so ein Allrounder-Profil, was man so im ersten Eindruck jetzt gesehen hat in den Testspielen. Also könnte man den im Mittelfeld auf die Positionen zum Beispiel stellen? Könnte man, aber ich glaube, dass wir da einfach genug Qualität haben auf den Positionen. Ich glaube nicht, dass Andrutz da dann gefragt sein wird. Also wird mit Sicherheit auf der rechten Seite sehr gefragt sein. Ich glaube schon, dass sich eine Option bietet, mit Baschi vielleicht davor zu spielen oder auch mit ihm davor zu spielen, um einfach zwei Leute dort vielleicht zu haben, die auch nochmal gegen den Ball richtig gut arbeiten können. Gerade wenn du vielleicht mal führen solltest und das Ding nach Hause bringen willst, hast du dann halt auch einfach nochmal eine andere Option, wobei wir die mit Henry halt auch haben. Der ist auch schnell, der ackert auch, haut sich auch immer rein. Nur Andrutz hat halt natürlich einfach erst mal eine ganz andere Vita, eine ganz andere Erfahrung. Und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Wenn du bei Olympik Pireos die komplette Jugend durchlaufen hast, dich oben in der ersten Mannschaft festgebissen hast, auch wenn zuletzt nicht mehr so die Einsatzzeiten da waren, dann musst du was können. Du spielst dann nicht umsonst und es wird dir auch nicht geschenkt. Und der Junge hat selber, sag ich mal, gezeigt, dass ihm Fußballspielen wichtig ist, ist mit 26 in einem Top-Alter. Und es spricht ja auch für ihn, dass er diese Aufgabe angenommen hat. Genauso wie Lex Tiger. Also man muss ja auch mal sagen, wir sind jetzt gerade nicht der attraktivste Klub in der Tabellensituation. Und der Junge wollte unbedingt zu uns. Und ich glaube, dass das halt auch mal Respekt zollt, sich in unangenehme oder in schwierige Situationen hineinzugeben. Ja, genau. Während des Trainingslagers habe ich ja auch mit ihm gesprochen, habe auch den Eindruck gewonnen, dass er das eben nicht als Risiko sieht. Und das sehen bestimmt andere Spieler mal so, für ihre Karriere jetzt zum Tabellenletzten der zweiten Bundesliga zu wechseln, der deutlich hinten dran ist. Das ist ein Risiko für einen Spieler. Er sieht das ein bisschen anders. Und ja, schauen wir mal, ob das dann wirklich auch zur Chance wird, für ihn und für den VfL. Jetzt ist es so, wir haben ja eben schon kurz gesprochen, wie das ganze Scouting-Team so zusammenhängt. Also ihr seid zu zweit, du und Alex Wulf jetzt inzwischen. Beide arbeiten nicht Vollzeit, ist korrekt? Genau. Ja, wie funktioniert das überhaupt für den VfL? Ist das nicht eigentlich zu wenig? Ich glaube, dass wir den deutschen Markt sehr, sehr gut abdecken. Also es ist schon so, dass wir natürlich die meisten Spieler alle kennen mittlerweile und dann uns natürlich einfach nur frische Eindrücke holen. Alex und ich teilen uns auf, Armi schaut aber auch. Also Armi ist ja genauso im Scouting unterwegs und schaut sich die Spieler an. Also man kann sich darüber streiten. Braucht man einen Chef-Scout? Ich glaube, man braucht einen Chef-Scout in der zweiten Liga und wenn wir uns etablieren wollen, wirst du einen brauchen, um auch den ausländischen Markt abzudecken. Im Moment haben wir da riesen Vorteile, weil Armi einfach ein unglaubliches Netzwerk hat, woraus wir dann schon sehr, sehr fundierte Informationen kriegen, aber auch Informationen, auf die wir uns, beziehungsweise Armi sich dann auch verlassen kann. Und das ist natürlich ein Thema beim VfL. Das wird einer der nächsten Steps sein. Also die Scouting-Abteilung ist so, in meinen Augen halt zwar gut aufgestellt, aber für die zweite Liga zu dünn. Wie viele, also wir sehen dich ja immer wieder auch bei den Heimspielen an der Bremer Röcke. Wie viele Spiele schaut ihr, schaut Alex so im Jahr? Kann ich schwer sagen. Also ich glaube, Alex guckt am Wochenende zwei bis drei mindestens. Ja, ich gucke auch zwei bis drei eigentlich. Und dann noch Video oder halt auch dritte Liga dann über Magenta. Ja, dann zigtausend. Man darf ja auch nicht vergessen, es kommt ja auch nochmal dazu, dass für uns ja eigentlich nur Spieler in Frage kommen, die ablösefrei sind. Und wenn du dann den Markt mal ansiehst, dann schrumpft der natürlich auch. Klar, sollten wir uns in der zweiten Liga etablieren oder sollten wir es schaffen, drin zu bleiben, dann kannst du natürlich auch mal in der Regionalliga vielleicht einen Spieler mit einer Ablöse kriegen. Musst du dann auch dann machen. Ich glaube, wir haben bei Niklas Wiemann da zum Beispiel mit einer kleinen Ablöse vorgegriffen. Der wäre im Sommer für uns nicht realisierbar gewesen, weil dann einfach viel zu viele Vereine auf den ablösenfreien Innenverteidiger, Linksfuß, der für mich einfach alles mitbringt, um ein richtig guter Innenverteidiger zu sein, auch in der zweiten Liga. Wie war das denn damals bei dem Cousins-Transfer? Kann ich mir schon vorstellen, dass das dann in deiner Position, da kriegt man das erste Mal mit, okay, der könnte interessant werden für uns. Da kommt dann aber schon mal ein Spieler, der so ein bisschen eine andere Vita hinter sich hat, als viele andere, die rumlaufen. Das ist ja sicherlich dann auch spannend für dich, sich nochmal ein bisschen damit zu beschäftigen. Klar, also total war dann seine Szenen in Italien zu sehen, wie er es da macht, in einer ähnlichen Situation, glaube ich, Venedig gewesen, gegen Abstieg gespielt, hat aber auch da eigentlich das gezeigt, was er bei uns auch zeigt, dass er nie aufsteckt, dass er immer wieder versucht, ja, kann sich darüber streiten, dass er manchmal vielleicht den Ball einfach eher abspielen müsste. Schöner Fingerzeig auch von Trainer Cousinat dem letzten Podcast-Szenen gemacht habt. Er hat, was er gut kann, gute Worte dafür genommen, um genau das auch rauszusagen. Ja, und klar ist das spannend, aber es ist auch wieder so, und das würde ich auch sagen, dass das vielleicht gar nicht so viele machen, auch beim Spieler von Cousins, gucken wir alle drauf und gucken, was er aktuell kann. Und genauso haben wir es beim Robert-Tesche-Transfer gemacht. Ich habe mit Robby mal gesprochen, hat er dann so aus Flachs gesagt, ja, sag mal, hast du mich denn auch nochmal dann angesehen? Ich so, ja, klar. Also, es ist schon so, dass wir uns dann, egal welche Vita es ist, uns die Spieler natürlich angucken. Und man muss auch einfach einen frischen Eindruck gewinnen, weil, ja, im Fußball, Fußball ist ein Tagesgeschäft, du kannst eine geile Saison gehabt haben, die ist halt drei Jahre her und alle träumen ein bisschen davon, dass du das halt auch wieder erreichst. Diese Fantasie gibt es ja auch. Jadon Sancho ist jetzt das beste Beispiel wahrscheinlich, kommt nach Dortmund, hat seine Ankunft auch gesehen, hat ein riesen Lächeln im Gesicht, macht sein erstes Spiel und du denkst, ja, geil, was ist das für ein geiler Spieler? Und beim NU hast du halt einfach gedacht, ja, okay, ist das dein Bruder? Oder gibt es ja auch nicht immer Erklärung dafür, aber ein Spieler muss sich wohlfühlen, beziehungsweise der Mensch muss sich wohlfühlen an dem Ort, wo er gerade ist und nur dann wird er halt auch seine Leistung bringen. Der VfL hat jetzt zwei Transfers gemacht im Winter. Tommi, wenn wir mal so schauen, hast du eine Idee, was müsste Daniel noch scouten, damit die Chance auf den Klassenhalt noch größer wird? Ja, was er scouten müsste und was er darf oder kann, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Er hat es ja gerade schon angesprochen, das Fenster wird immer kleiner, wenn es um ablösefreie Spieler geht und der VfL ist auch nicht der einzige Verein, der da sicherlich den Finger ab und zu hebt. Siehst du noch Bedarf auf einer Position? Ich würde schon Bedarf sehen, aber das ist natürlich eine Position oder ein, zwei Positionen gerade in der Achse, vielleicht auf der Sechs, auf der Acht, die anderen drei, die da so stünden, also in meinen Augen, wer auch immer im Tor steht, aber Pipo hat jetzt zumindest wieder seine Position da gefunden, vielleicht ein bisschen mehr Stärke, aber ich hatte auch mit Uwe hier schon mal gesessen, da gab es auch die Torwartdiskussion am Anfang schon, ich glaube, dass Lennart Krill da auch ein super Torwart ist, also da will ich gar keinen Fass aufmachen, das dürfen andere bitte entscheiden. Wenn Eule hoffentlich fit bleibt, der ist für mich super wichtig für die Truppe, weil dann die zwei, drei Jungs nebendran einfach auch wieder viel stabiler stehen und wenn du auf der Sechs oder Acht noch das Verbindungsstück zu Erik dann wiederum herstellst, wenn da einer sich nochmal rauskristallisiert von den Jungs, die alle, glaube ich, wirklich brauchbar sind, aber es ist noch keiner da, der wirklich so ganz klar gesagt hat, ey, hier, ich bin das Herzstück und an mir kommt keiner vorbei und nach vorne schiebe ich auch noch zwei, drei Bälle durch. Das wäre natürlich eine Position, Stichwort Führungsspieler, Axel, aber den kannst du dir nicht backen und der ist jetzt auch nicht einfach so auf dem Markt und kostet dann auch noch nichts. Das wird wahrscheinlich schwer, den jetzt noch zu finden, es sei denn, Daniel sagt mir gleich was anderes. Gerade im Winter wahrscheinlich. Extrem schwierig, so einen Führungsspieler dann wirklich zu bekommen zu können. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!